Caravaggio. Judith enthauptet Holofernes. Nahezu ohne Anstrengung trennt die schöne Judith das Haupt des assyrischen Heerführers Holofernes von dessen Körper. Das lange Schwert scheint die Halsschlagader getroffen zu haben. Blut spritzt kraftvoll wie eine Fontäne. Eine Hand hat das Mädchen im Haarholofernes festgekrallt. Unterstützt wird sie von einer alten Magd, die ihr Profil und ein Tuch von rechts ins Bild bringt. Damit wird sie den Abtransport des Kopfes bewerkstelligen. Die alte Magd ist traditionell bei diesem Bildthema anwesend und wird im biblischen Quelltext explizit erwähnt. Mit der mutigen Tat, die hier so brutal dargestellt ist, befreite das Mädchen einen Teil der Israeliten. Sie hatte sich demnach durch ihre Schönheit problemlos Zugang zu Holofernes verschaffen können, da er sich eine Liebesnacht mit ihr versprach. Sie aber machte ihn betrunken und enthauptete ihn. Caravaggio, der stark mit hell-dunkel Kontrasten arbeitete, zeigt ein eindrückliches Werk, in dem er den liegenden Holofernes höchst realistisch darstellt. Seine linke Hand krallt sich vor Schmerz im Laken fest, sein Mund ist weit aufgerissen. Dem gegenüber stehen Judith, die ihren Kopf angestrengt nach hinten neigt, und die entschlossene Alte im rechten Bildgrund. Nur ein roter Vorhang, der wie ein Dreieck in das Bild ragt, akzentuiert den Hintergrund.